Okay, wir gucken, ihm gefällt's wohl vom Reaktionshugur rein. Und die pfohlen wir dann. Echt? Also man denkt, die Karte ist gerade, aber... Ich schwöre, die sehen gleich aus. Moin, moin und rein, der. Also wo ich wirklich, wo ich wirklich meinen Verstand verloren hab, den hab ich schon vor langer Zeit verloren, ne? Bei Call of Duty Ghost ist mir ein Ei abgefallen, weil's so schlecht war. Hey, Ghost, no joke, Ghost war zwar scheiße, aber irgendwie auch nicht. Also wenn man's ein bisschen gezockte, war's eigentlich in Ordnung, glaube ich. Und danach Call of Duty Ghost, da ist einfach ein Ei abgefallen. Das hat sich dann selbstständig gemacht, ne? Hat heutzutage eine erfolgreiche Firma, nennt sich Carstens Ei. Hat auch, ähm, ja, den ein oder anderen Kredit mir gegeben auf korrekt, ne? Weil, ja, nur noch ein Ei, harte Zeiten, Bruder. Schön. Chat, wie viel Eier in Rühreier könntet ihr essen? So auf einmal, wenn ihr so Rühreier macht. Wenn ihr's schon mal gemacht habt. Wie viele könnt ihr da essen? Zwölf. Okay, weil ich hab mir letztens acht gemacht und zwei Spiegeleier. Also zehn. Und es ging eigentlich. Okay, dann ist das nochmal. Ha? Ich kann auch jetzt nicht fahren. Ich kenn dich nicht schön. Hey, 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 der Herr, ein bisschen ruhiger, ja? Was ist los? Was ist los, Jäger? Du H***, du kassierst. Hast du verständnis, du H***-Zun? Ja, komm, wir dann auch. Was ist los? Ja, komm, wir dann auch. Ich hab das auch so, so zau'n. Die spätere Zeit. Seid ihr schon vegan? Digga, was ist das? Seid ihr schon vegan? Boah, Bruder. Bist du vegan für Rosalinde? Ach so, daher kommt das, Rosalinde. Weil die das gesungen hat? Ich, no, ich konnte das, ich kann, ich... Ich seh diesen Clip, dass die das singt zum ersten Mal grad. Also, Heris, ich hab keine Ahnung... Ja, ich wusste, dass das irgendwie von der ist, aber ich wusste nicht, dass die da voll so ein Schwein saß und gesungen hat. Du bist, aber ich glaub, du bist voll der Otto, ja? Digga. Die beiden dürfen nur auf den Monitor jetzt schauen, okay? Okay. Ich darf nur im Schrank verstecken. Was soll da denn passieren? Also, Bruder, also, das war doch obvious. Junge, Amar ist voll im Film. Digga, bist du dumm? Sticks brauchen wir. Was war das denn? Sticks brauchen wir. Also, haben die diese Donations für uns an? Ja, ne? Lassen wir uns kurz inspirieren. Er fuhrt zu 100%. Ich mach mit Augen zu. Zu 100%. Ich sehe... ... war nass. Ist das geisteskrank? Oh, ne, warte, warte, warte. Das war was anderes. Scheiße. Hä, warum? Verpflichtig, du warte. Dann, nach der Zeit, wer hat das Beste am Besten? Hä? Rewe muss schreien. Ist halt nicht wirklich objektiv... RUUUUUUUT! Nennt mich Medi-Craft. Sag ich. Da oben ist ein Diamant. Oh mein Gott. Ich habe ein Schwert. Ach, Digga. Das ist das geisteskrank. Ich gehe jetzt ins Portal. Ich will meine Hack jetzt zurück. Ich fick diese Mistschweine. Der wird selbst sterben. Ich habe meine Eier und das Schwert. Ja, ist das geisteskrank. Ist das geisteskrank. Das ist ja wie Zauberrei-Shit. Der wird selbst sterben. Pass auf, pass auf, dass nicht... Oh mein Gott. Genau das. Aber no joke, wenn du das erste Mal Minecraft zockst, und mit einer Elytra fliegst, dann rechnest du nicht damit, dass du damit Schaden bekommst, wenn du zu steil dingst. Irgendwie, finde ich. Also, wenn ich das... Also, Danny hatte wahrscheinlich gedacht, der landet jetzt einfach. Digga, äh, so. Sag das doch, Bro. Was ist das? Hm. 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 Hä? Wo bist du denn ich da? Was warst du im Clip? Bei 2860 und 2394. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt... 28007, 23.021. Ist das kein... Ich baue mich einfach sonst straight nach oben. Nee, gespannt wie ein Stromkasten geht nicht, Digga. Macht das eigentlich Sinn? Gespannt wie vor Ort finde ich gut, ja. Digga. Äh, diese zwei Punkte auf der Stirn... Oh ey, no joke. Und das... War der beste Stream... Von Abu. Abu war irgendwie... Äh, bei seinen Eltern oder so. Irgendwie in Kiel oder so. Und er hat aufm Laptop gestreamt. Bruder, das war so geisteskrank. War bisschen blöd. Ich war mit meinen Kindern im Tierpark. Und ich war mit den Kindern bisschen... In diesen Ziegengehege. Auf einmal kommt ne Ziege die ganze Zeit machbar mein Kind so. Ich stoß mein Kind so weg, damit ich das schütze. Und dann bin ich mit der Ziege so gegenüber. Und weil ich die ja nicht wegschmeißen kann oder so. Haben wir einfach Kopf an Kopf gemacht. Abu lauert auch so viel Scheiße. Nee, ist jetzt hier im Käfig der Boss. Ja, und dann hab ich den Kampf gewonnen am Ende. Guck mal, ich hab meine silberne Casio Ore wieder dran. Dass ich hier mal wieder clean bin. Dann kann mir keiner sagen, dass das nicht gut ist, weil ich... Gold und Silber mische. We get it. Sieht man das? Digga, man darf nicht Gold und Silber mischen. Ist das so ne Mode-Sünde? Berg, sieht man das? Ja. Umringen und so, die machen halt nix, ne? Nee, nee, ich bin hier gerade mit einem, äh, im vertrauten Sinne. Digga. Kannst nicht zugesellen. Nee, danke. Er sieht doch so aus, als wenn ihm das gefällt. Ständig liebevoll, Carsten. Mit gegen Carsten. Ich schwöre, der Villager sieht so aus. Oh mein Gott, God of War, das muss ich auch noch weiter zocken. Also eine Person, die so in ihrem Stream sitzt, will mir einen Pass geben. Schau, Amaranth. Das ist für dich. Das ist für dich. Gib mir 100 Millionen Dollar und ich dich nicht touche. Du weißt? Ich dich nicht touche. Never in my life. Du weißt? Die Reaktion wär funny. Du weißt? 100 Millionen Dollar und ich dich nicht touche. Okay? Diese Kappe, Digga. Kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Ich hab guten, Jungs. Ich hab guten. Oh mein Gott. Ihr wisst ja jetzt alle, was so ein Känguru ist, oder? Ja. Ach du Scheiße. Jetzt fragt man sich natürlich, warum kann jetzt so ein Känguru höher als ein Haus springen? Das ist jetzt die Frage, ja? Die Solution ist folgende. Was? Ich hätt's selber nicht gedacht, aber die Pointe aus dem ganzen Ding. Jetzt. Ey. Die Folge, abonniere ich schon. Digga, diese Videos waren damals so geil. Nein, Alter. Der Typ erzählt über 10 Stunden, Alter. Das war so geil. Mein Gott, ey. Das liegt mir schön. Ey, ich bin krank, Mann. Ich nehm mir Zeit, um mich hier da fortzusetzen. Und der Typ... Du brauchst Zeit, um mir zu erzählen, dass die Känguru höher... ...und zwar... Oh, Mann. Jungs. Meines Haus nicht springen kann, Mann. Ach Digga, heils Maul. Alter. Ist das Geister. Kurz muted? Hat jemand... Ja, da. Kurz muted. Ja, da. Dann kurz muted. Kurz muted. Wieder da. Wieder da. Wieder da. Digga. Wisst ihr, warum ich das letzte Mal gemacht hab? Weil ich gefurzt hab, Junge. Junge. Seid wann muted sich Monde zum Furzen? Mein Mann, das hat mich nur für eine Sekunde kurz gemutet. Seid wann macht ihr das? Junge, holy shit. Digga, was hat der gemacht? Digga, ich hab richtig einen durchgezogen. Junge, what the fuck? Schön, Hugo. Digga, wie sieht der aus? Broder zur Batterie, Digga. Boah, der war geziel und gefährlich. Ey, sind die Down die Airpods… Jetzt sind die sowieso kaputt. Ah, ist das ganz lick. Ach, wirklich? Ist der dumm? Was war in diesem Hurustream eigentlich los? Geh zu, geh zu. Digga, ist der dumm? Digga. Ist der dumm? Liebe Leute. Hört auf! Es reicht, es reicht. Bitte, bitte, bitte. Ey, es ist noch irgendwann gut, Digga. Oh mein Gott, nein. Was, 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 was? Junge, du altes Video, ach du Scheiße. Mann, ich muss irgendwie leasen, das gefällt mir nicht. Ich, ich bin nicht alle... Wie rede ich denn? Halt die Fresse. Digga. Ich hasse Max, Digga. Ich kann es nicht mehr. Ey, gutes Video. Actually, gutes Video.